Herzlich Willkommen zu einem neuen Zubereitungsvideo. Mein Name ist Creeper Darkos und ich bin diesmal nicht bei mir zu Hause, sondern bei einem Kumpel und dachte mir, ich mache mal ein Kochvideo. Es ist Sonntag. Wir machen einen Nudelsalat. Dafür brauchen wir natürlich Nudeln. Ich habe sie gerade warm gemacht. Dann machen wir noch Fleischwurst dazu. Ein Ei. Ihr kennt diese Ostereier, wo man auch beim Ostern suchen kann. Diese bunten Mischungseier, die kriegt man im Laden, also Kaufland, Lidl. Sehr lecker. Und dann noch zwei Gewürzgurken. Sehr, sehr lecker. Ja, dann noch mit Salzwürzen und mit Pfeffer. Und ja, schöne Sache auf jeden Fall. Normalerweise kommt jetzt noch gelbe Riebe rein, Eier, also Erbsen und Möhren. Aber wer es will, der kann es ruhig rauslassen. Ja, hier ist die Schüssel, hier kommt alles rein. Jetzt machen wir mal die Nudeln rein. Und schneiden schon mal die Fleischwurst. Erst in Scheiben. Dann macht ihr so einen Turm mit den Scheibchen. Wer keine Fleischwurst mag, kann sie ersetzen durch Fleischkäse. Oder ihr lasst das Fleisch ganz draußen. Dann halbieren und dann vierteln. Das gehen wir jetzt in unsere Schüssel. Dann die Gurken. Wie bei der Fleischwurst machen wir Scheibchen. Und machen sie ebenfalls rein. Nochmal eine. So. Dann kommt das Ei. Am besten in der Mitte durchschneiden. Auch vierteln. Tomaten können da auch rein kommen, aber die habe ich jetzt nicht da leider. Viertel ebenfalls rein geben in den Salat. So. Dann haben wir alles geschnitten. So sieht es aus. Kurz verlängern. Dann machen wir ein bisschen Salz rein. Das Salz kennt ihr ja. Habe ich es auch so auch. Und dann noch Pfeffer. Aber gering. weiter mischen. Dazu hole ich noch was. Ihr könnt Brötchen nehmen oder auch Baguette. Gut. Gut. Dann richten wir mal an. Die Schüssel. So. So. Eine Gabel dazu. Und das seckerer Brot. Und. Ja. Das ist er. Der leckere Nudelsalat. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis bald. Gang. Dann. Tag. Tag.